Herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme Minecraft Live in the Woods mit dabei der Smoker Servus Der Roro Hallo Und ganz tief unten wo sie hingehört im Keller Die Geflieh Die macht uns hier nämlich ein Vorratsraum Ach du Scheiße Da könnten wir doch eigentlich unterirdisch dann ein Rohr von drüben von der Farm hier hin machen Klar Wo der Verteiler macht alles hier in die Wir machen aber keine Truhen hier rein Was? Hier kommt keine Truhen rein Wo? Hier in den Raum Warum denn? Bei uns hier unten? Hier kommen Trauer rein Nein Geh mal ein Stück weg Nein, hier kommt was anderes rein Was denn? Wie heißen die Dinger? Warte mal äh Meinst du solche Kisten Oktar Compact Spruce Drawers Habe ich doch gerade gesagt? Ja Ich geh mich mal um die Ernte kümmern Also die würde ich gern Also da haben wir noch ein bisschen Oder auch Ne es wird dunkel Ne da musst du mal wegnehmen Oh es wird dunkel ja Ich geh schlafen Ich auch Warum ist das hier unten so finster? Weil es Nacht ist Ja Also wir können uns schon hinlegen Ja Sind wir eingesperrt? Ich seh halt nicht was drüber ist Das ist die Kacke Warte mal Warte 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 Alter das ist echt scheiße Weil das mega langsam abbaut auf der Treppe Zumal man nur eine Holzspitzhacke hat Geh mal bitte runter ich hab da Eisen Ach hast du? Nein Ich war mal so frei Oh ich hasse die Männer Ja Was denn? Hilf dir hast du es dann? Ich hab schon mal ne Eichel im Anus gehabt Leg dich hin Mein lieber Freund ja? Was denn? Ich hab ja auch nicht gemacht Was wird Platz? Ich weiß wer das war Liegt neben mir Der Rohr war's Ich hab's auf Video Was war denn Rohr überhaupt? Was war denn los? So wie sieht der Dünger aus? Ja Braun Der Dünger ist schon wie der Bursch Wir haben nix mehr zum kompostieren hier Ging aber schnell Ach du Scheiße Einen Haufen Kompost hier Ist doch gut Alter wir haben wirklich fressen noch und nöcher Wir brauchen uns sowas von keine Gedanken mehr zu machen Ja das ging ja erst rutschlos als wir dann hier mit dem Kompost anfing Hier Ostwind Könntest du nochmal mit dir runter kommen? Ich bin unten im Gartenhaus Ach verdammt Ja da komm ich mal kurz zu dir runter geschossen Warum denn? Warum denn? Was ist denn? Weil ich dir was zeigen will Ach Scheiße jetzt hab ich wieder Bambus Ach Fick doch die Wand an Junge Oh hab ich nicht gesagt Also es klang als hättest du gesagt fick doch die Wand an Nein hab ich nicht Ne? Ich glaub ne da hast du dich ein bisschen verhört Ostwind Ja Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben was Ostwind gesagt hat Du meinst diese hier Wo bist denn du? Im Akkartenhaus Ach da Ähm Das sind die Großen Ja Ähm Ne also es gibt ja noch die die Einmal geteilt sind und dann Zweimal Also wo du vier Kästen hast Ah Ähm Hä Gibt es noch Einer? Dann Zweier und Vierer Du meinst die Compact? Oder welche meinst du? Ach ne hier die Vierer Gartenarbeit Äh holz 8 Stacks Portoir Und die anderen haben 32 Stacks Ja aber Ja dann machen wir auch noch Oder wollen wir die Doppelten machen Da noch Wie viel Also äh Ist der Verteiler ne? Mach 12 x 12 Felder Oh Der Verteiler macht 12 x 12 Ähm ich würd sagen wir machen die Doppelten oder? Ja Die 8er oder was? Da noch Da noch Das ist die 4 Kisten und Das Ende ist Das Ende ist 8 Stacks per Troll Äh? Also die Ja Also kann ich die erstmal vernichten wieder Oder warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal 4 Stacks Der hat 32 Stacks Nehm wir machen die Doppelten Die 8er Dann gibt 16 Stacks noch 1 x 2 Und dann haben wir noch die 8 Stacks Oh shit Achso und die 4 Stacks haben wir auch noch Die Essens tun sinnvoll Die 4 äh Da sind nun die Compact unten Die schmalen Also die Die weiter unten da noch sind Ach hier Ne ich würd sagen Immer die 8er 8er ja Wollen wir die 8er? Wollen wir die 8er? Wollen wir die 8er Ja Ich geb 8 zu Ja Nicht viel spaß Ich Hier war noch was Das brauch ich Das brauch ich Ich brauch viel Holz Da brauchen wir natürlich auch Mega viel Platz Und viel Holz Ja Äh Erstmal brauch ich Essen Seit wann haben wir Hühner hier im Kuhstall? Was? Seit wann haben wir Hühner im Kuhstall? Die hab ich gestern Also bei unserer letzten Aufnahme Ach stimmt ja Da war ja was Was machst du? Ich brauch gekochtes Essen Mittags Achso Das hast du nie gesagt Hähähähähähähähähähähähäh Macht sich übereinfach der Typ Ja Die hat dann sagt Ich brauch Essen Sie hat nie gesagt Was für Essen das stimmt allerdings mich darfst du nie in die Küche stellen damit ist nicht mein Kraft so die Kühe haben sich mal wieder vermerkt wenn das weiter so geht, können wir bald ein Schlachtfest starten haben wir noch mal ein bisschen Fleisch ne, für Ferkel haben wir nix da, oder? Möhren, haben wir sowas? ne, dass ich nix wüsste an dem NPC der Feuerklub auch nix was Möhren betraf ne da ist schneller Bambus weg ist doch Gott ja, ja, so Bambus, hier rein ihr braucht Holz oder was braucht ihr jetzt? ich geh jetzt Holz hacken da geh ich um da nochmal Holz hacken ok da ich hier bei Lifehinde wo ich immer mal einen Durchblick hab äh, äh ich schaffe lieber Material wo wir schaffen, wo wir hingehen wo wir hingehen wo wir hingehen Moment ich muss mir auch schon was zu essen einpacken ne, dass ich schon wieder am Verhungern bin so wie letztens äh, ein Bett lieber mit einpacken, Gift hier, oder? ja, sollten wir lieber mitnehmen, ich hab eins mit gut, ähm, dann gucksch mal mal hin haben wir überhaupt noch irgendwo hin? äh, ich will mal hier hinter gehen ja, das ist die schöne korrekte Aussage wo bist denn du? da reise ich auch sofort wo es hingeht wo bist denn du? ich dachte du bist hinter mir wer? ich heißt du Osti oder ich? äh, Ostwind hier oben hier oben hier oben das ist schön hallo ich will in die Richtung gehen ok ok ähm, ich komm mal mit wer kommt noch alles mit? ja, ich äh, ich warte mal, essen jetzt ziehen wir alle rein ok Moment 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 ja, was denn? Zucchinis könnte man doch so essen, oder? ja die Pflastersteine haben wir zur Not mit äh, dass wir unterwegs den Ofen machen können ähm, essen, 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 essen irgendwo sind nur noch, äh, drei Betten zur Not, dass wir ein Bett mitnehmen äh, wo, wo sind Betten? im Haus immer noch, immer noch, immer diese Aufregung Mensch, super, ey, ich find's geil hier unten in der, in der, in der andere Droh ok voll mit nem kaputten Steinschwert mit ner kaputten Steinachs mit ner total kaputten Holzachs, äh, äh, Spitzhacke es läuft mindestens ey, vielleicht finden wir aber unterwegs ein paar Mürn für die Schweine welcher Tropfkörper hat hier oben das ganze Zeug reingetan? was für ein Zeug? oh, oh, oh ja, in den Truhen war kein Platz mehr für, für die Fressalien wo ist der Eisen? vorne Eisen war hier, hier ne, wo war ein Eisen? da da schaffen wir's noch in dieser Folge? nein ich hoffe, ich hoffe, ich mach mir jetzt mal ein Schwert so wow sag, äh bin ne Bummi, 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 Bummi Duftforn, okay das wächst an Bäumen? was für ein Zeug? Duftforn, Baum ne, Duftforn steht da vorne und ne Axt mach ich mir noch, alter wer hat denn das ganze Eisen leer gemacht? du? I don't know I don't know bist du jetzt fertig? kommst du jetzt auch? Ähm Schaufel brauch ich nicht? und auf geht's screw paraplegel. 13 stück wo seid ihr hin? Hier unten Am Sammelpunkt. Achso, Bett habe ich vergessen. Wo war das drinnen? Läuft bei dir. Ich stürze mich in den Tod. Das wird nichts, das ist zu flach. Wo war denn jetzt das Bett? In der Kiste. In der Doppeltruhe. Wenn du reinkommst, auf der linken Seite, die zweite Doppeltruhe unten. Ja, hör auf, umsohlen, Junge. Ja, ist doch gut. Merkst du was? Ja, ja. Was, wenn, sind wir jetzt auch mal so weit? Unsere kleine Diva. Diva lauf. Hussi-Alarm. Was? Oh, guck mal, hier sind die Pilze, die man für Pilzsuppe braucht. Bewegst du jetzt deinen Doppel? Ja. Was haben wir denn hier? Was? Himmel-Eichensetzling. Was? Was ist ein Himmel-Eichensetzling? Himmel. Himmel-Eichensetzling. Nee, Himmel. Himmel. Ich hab die nicht... Äh, weiß jemand, merkt sich jemand? Ich hab die Koordinaten oft geschrieben. Wieso, wir gehen einfach weg und finden auf gut Glück wie zu unser Haus? Guck mal, dort hinten gibt es nämlich große Eisenbäume. Ich seh nix. Da ist ein Berg im Weg. Oh, ich nehm mal hier die Blätter mit, die... Hey, ich hab die Höhle, will ich jetzt deren... Ja, ist hier ja geil. Ich hab die zwei aussehen. Muss den Sinn hin? Ich hab sie auch verloren, egal. Wo seid ihr jetzt? Da ist... Oh, na die da, hier unten, ich bin hier unten im Wasserrohr, links. Wo? Hier, ey, ist morger links, zurück. Was? Hier, links, links. Oh, oh. Mann, ey. Jetzt von mir... Ja, genau. Jetzt. Ach, da unten. Alter. Ich hab keine Sekunde lang in Ruhe, in alleine lassen. Die sind so ver... Oh, hier, warte mal. Hier, guck mal, Aua. Oh, ich hab Kohle gefunden. Wow, ne Menge Kohle. Es wird auch dunkel. Ich hab ne Schlucht gefunden. Vorsicht. Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Oh, shit, man. Nein. Hexen, Hilfe, Hilfe, Hexen, Hexen. Zwei Stück. Ich lebe mich hin. Oh. Danke für die Hilfe. Einfach hier hinlegen. Einfach schlafen, los, wachs. Äh. Ihr müsst das Gras bloß beseitigen. Oh, queen, every day. Ich lieg, beeilt euch. Ich lieg. Ich lieg. Ich auch. Und gleich sind wir tot. Nein. Werd' ich nicht. Liegen alle. Mich hat's wieder aus dem Bett rausgehauen, weil ich vergiftet war. Oder immer noch bin. Oder vor dein Bett. Krieg ich mein Bett wieder? Nee, ich hab meins. Ja. Wie, Roro kriegt sein Bett nie wieder? Alter. Hier ist Lava. Los. Ich hab euch sowas von verloren. Oh, ich geh, äh, wo ist er denn? Ich steh noch hier, wo wir grad gepennt haben. An der Schlucht. Ja. Die Schlucht hab ich ja noch gar nicht gesehen. Wo ist er denn? Alter, wo gehst denn du noch immer hin? Ich hab Kohle gesehen. Hab doch gesagt, hier ist Kohle. Und Eisen. So, mein Mess. Kommst du jetzt, äh. Eint kommt ein Schnee-Bio. Wo seid denn ihr? Über mir. Ach da, warte. Oh. Oh, sei bitte vorsichtig. Fall nicht rein. Fall nicht rein. Oh, oh. Fall nicht rein. Oh, oh. Nicht. Tu's bitte nicht. Nein, tu's nicht. Nein. Tu's nicht. Tu's nicht. Gifte, hier ist so viel Kohle. Könntest du... Ja, was denn die Kohle brauchen wir doch auch, wenn wir Stiggis, hier, hier, äh, Fackeln brauchen unterwegs? Ich hab Fackeln, ich hab Holz, ich hab Kohle, ich hab Luft jetzt. Ich brauch Fackeln. Ich hab 40 Fackeln, Kohle hab ich auch noch, 19 Stiggis hab ich. Und Essen hab ich. Ich hab 56 Kohle. Hunger hab ich auch. Kommst du jetzt? Ja, irgendwie. Bis du kommst, ist unser Essen alle. Ach, da bist du. Die Teichwosen noch mitnehmen hier. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Hier. Alter. Hä? Hier, hinter dir. Ach, da. Wenn du dich in der Bomn versteckst. Vorsicht, hier kommt jetzt eine Schlucht. Der fällt rein. Ich hab die Vorartung gerade gehabt. Alter Vater. Ey, da ist Salz. Laufen. Wohin? Er war drinnen. Ja, hey, da war ein Erdloch. Alter. Alter. Oh nein. Nein, nein. Siehst du? Hier. Da ist, äh, überall Käse. Ja. Du hast jetzt auch nichts zu tun, oder? Ich sag noch, Vorsicht. Na ja. Ich bin, bin ja da weggegangen. Warte. Also einfach, giftig, dann einfach gerade durch. Ich bin schon beim nächsten Biom. Hier, ich mach dir einen Fahrstuhl. Ja. Wie kann man, wie kann man, wie kann man so ein Tranteltier sein? Ich hab jetzt einen Fahrstuhl gebaut. An der Stelle, wo es mir nichts nützt. Ist mir egal, Fahrstuhl. Ich hab meinen guten Willen gezeigt. Äh, guten Willen? Du? Hä? Seit wann? Du verarschst mich doch. Ich bin die Ruhe selbst. Boah, das Biom ist auch voll fett hier, ne? Ich bin die Ruhe selbst. Ich bin die Ruhe selbst. Boah, ist das ein fettes Biom, Junge. So fett, so fett, Junge. Meinst du jetzt hier die Bäumchen? Ja, nach dem, nach dem Schnee-Biom. Ich folg dir mal, Hoho. Ach, dort bist du. Schön. Weil, ich weiß auch nicht, Hoho. Hier, hier bin ich. Hier. Ach, da, da. Da. Da hinten, da. Ach, guckt euch mal den Bambus an. Es gibt sogar gelben. Ach, guck mal, hier noch. Da pisst nur irgendjemand vom Berg runter. Da gibt es ein anderes Biom dort hinten. Es gibt mega, mega viele Biome. Ich weiß. Oh, scheiße. Ich muss, sorry. Ich muss das Ganze, die ganzen Teichdinger hier mitnehmen. Ich hoffe nur, dass hier nicht irgendwo Piranhas sind. Ne, wenn ihr noch Teichrose seht, einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen. Ne, ne. Dann wird sich wieder geschwert. Kunde. Bin gerade ganz gekommen, vorbeigeschwimmen. Pilze. Jetzt bekriff die weg. Oh, hier ist Hoho. Wenigstens Hoho ist bei mir. Pilze. Oh, ich bin im Matsch. Oh, Alter, da läuft es auch mal langsam. Was ist denn das? Oh, ich bin den oder sowas. Knollenwurz. Ja. Das hast du uns kloppen nicht viel, oder? Äh, Knolle. Ich höre ein Zombie. Nein, Gott. Ich hoffe es nicht. Alter, was ist denn das hier hinten? Wir sind doch schon wieder am Folgenende. Mit Überlänge. Oh, mein Gott. Ich glaube, hier geht es in eine Höhle. Hier geht es in eine Höhle. Da ist sogar... Ich habe eine Höhle. Hier unten ist ein Gartending. Meine lieben Damen und Herren. Wo seid ihr? Na, hier. Wie es hier weitergeht. Seht ihr in der nächsten Folge, wenn sich alle verlaufen haben. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.